hey leute was geht willkommen zu einem neuen video und ich glaube das wird einer der ersten videos sein keiner in die kommentare nach dem texture pack fragen wird denn ja wie soll man sagen in diesem video habe ich vor mein 1,5k pack zu releasen das gute pack wurde mir vom lieben ufo 361 gemacht also nicht vom ufo 361 mit dem mit den drei os der designer wird auf jeden fall an der beschreibung verlinkt sein ist auf jeden fall mal ein korrekter boy digga danke noch für dieses richtig geile pack und es ist so eine art yellow pack würde ich jetzt sagen und es ist auch eher so an skybox gerichtet das ballert einfach richtig richtig das ballert einfach das ballert so wir machen uns erstmal wieder das master quip ich kann euch das mal zeigen wie man es holt weil ihr öffnet uns die option zwischen speichern wahrscheinlich installiert wie so speichern 20 wissen die meisten gibt da oben einfach warm wo ein und da kommt das warm wo 1,5k skybox pack download ist euch jeden fall ist vom ufo 361 sieht die hier auch und ist auf jeden fall richtig cool die schwerer sind ultra low und so okay kommen wir zu einem nächsten thema auf jeden fall kommen wir zu einem nächsten thema ich hier wurde gebastelt also jetzt wirklich wurde gebastelt und das fast video ist dieser man sagen den geben digga so jetzt sind wir noch mal hier auf pines so auf jeden fall hat der typ mich gebastelt und ja für die meisten die es nicht wissen die ist natürlich nicht ernst zu nehmen ist auf jeden fall von kumpel von mir gemacht worden ich aber auch dennoch ziemlich lustig und so hat mir auch bei der way best aufgestellten könnt ihr auch mal vorbei checken so jetzt krasse krasse musik und krasse schwarze balken anmachen damit wir die ganze kurs geht player sind wir machen dazu ein drop rein könnt euch oh mein gott bei der way wollte ich noch sagen dass ich so eine art neuen style ausprobiere runden so cool zu machen und nicht so heißen bereit zu reden so der kleiner bastard kleiner und kleiner bastard nicht mit mir ich gehe mal richtig geil haben wir die runde auch gewonnen so also ich möchte mich noch mal bei der way bedanken für die 1,5 k ich hoffe das video hat euch gefallen bis zum nächsten mal haut rein und tschüss